Die Schnellreise ist aktuell deaktiviert, deswegen müssen wir diesen Plan leider etwas vertragen, aber das ist nicht schlimm. Aufgeschoben ist nicht aufgehoben und wir haben noch einen Haufen anderer Dinge zu erledigen, nachdem wir hier beim letzten Mal angekommen sind. Und ich fange jetzt einfach mal mit der Treppe an, an die ich mich beim letzten Mal versucht habe zu erinnern, dass ich die nicht vergesse. Wenn wir jetzt direkt davor stehen, ist das natürlich nicht allzu schwierig. Ich habe jetzt offscreen noch mal kurz die Materia angepasst und das, was wir kürzlich bei Chatlay eingekauft haben, irgendwie versucht zu verbauen. Zumindest die beiden Sachen, die man leveln kann. Hier gibt's was Neues. Das hatten wir schon lange nicht mehr. Ein Armband, das das Potenzial der Muskeln bis an die Grenze ausreizt. Okay. Nehme ich, glaube ich, pro Forma einmal mit, einfach damit wir es haben. Auch wenn natürlich die Gefahr gegeben ist, dass wir fünf Minuten später das in irgendeiner Kiste finden. Aber das ist bei dem Preis verschmerzbar. Und ich denke, dass wir, wenn wir wirklich noch Geld benötigen sollten, mit einigen Verkäufen durchaus noch was reißen können. So. Das war beim letzten Mal hier alles schon sehr irritierend. Wir hatten einige Aufstiegsmöglichkeiten. Nicht im Job, sondern hier im Hoch. Da stand der Red, glaube ich schon, beziehungsweise der Nanaki. Das war jetzt in der letzten Folge, glaube ich, das erste Mal, dass ein eigentlicher echter Name revealed wurde quasi, wenn man das nicht vorher schon wusste. War eigentlich ganz, äh, ganz cute, die Ankunft hier, weil der sich wahnsinnig gefreut hat und Barrett vor allen Dingen damit auch ein bisschen verstört hatte. War eine coole Szene auf jeden Fall. So, Anschlagtafel haben wir letztes Mal schon abgecheckt. Hier gab's das Höhlenhotel, das Wunderschöne. Da müssen wir nicht noch mal lang. Was ist hier noch los? Ah, das ist dieser große mittige Platz, der mir noch ein bisschen gefehlt hatte aus dem Original. Aber das haben wir jetzt hier. Hä? Aber hier ist auch direkt wieder... Warte mal. Ist hier wieder Kampfareal? Ne, das gehört alles noch... Das gehört alles noch zur Stadt oder zum Dorf. Also für mich ist das eigentlich fast schon eher eine Stadt aufgrund der Größe. Aber ich glaube, das definiert sich weniger über die Fläche, sondern eher über die Anzahl an Einwohnern, würde ich jetzt sagen. Aber so ganz genau weiß ich das nicht bzw. bin mir nicht sicher. Können wir hier irgendwie einmal durchlinsen? Nö. Hat ja klappen können. Oder habe ich da gerade irgendeinen Button übersehen? Ne, ich fange schon wieder an zu halluzinieren. Ich dachte so in der letzten Millisekunde, dass ich da ein Dreieckszeichen oder sowas übersehen hätte. Okay, aber viel haste ich ja an den Rändern ansonsten nicht. Oh, was ist das hier für ein komischer ritueller Schamanenkreis? Das ist einfach nur ein stinknormales Lagerfeuer, aber okay. Man kann auch Dinge reininterpretieren, die nicht da sind. Kann ich ganz gut scheinbar. Ich habe gerade Geräusche irgendeines technischen Geräts hier bei mir vernommen, die ich nicht zuordnen konnte. Ich hoffe, ihr habt das nicht gehört. So, was geht hier auf dem Platz ab? Gibt es hier Leute, die mit uns sprechen möchten? Einige sind am Beten, andere sind am Gucken, einige wahrscheinlich am Meditieren. Jeder ist hier gerade voll in sich gekehrt und wir laufen rum. Ich versuche jemanden anzurempeln. Auch wenn die Verlockung ein bisschen groß ist, muss ich ja zugeben, aber wir spielen hier nicht GTA. Wir sind hier zivilisiert und rempeln keine unschuldigen Leute an, die uns nichts getan haben. Sei denn, jemand quält kleine Hundebabys oder so. Dann packe ich aber auch das Schwert aus. Da wird dann nicht nur angerempelt. So, was ist das hier für eine komische Kaschemme? Aufzug zur Kosmoflamme. Das wissen wir. Das wissen wir. Es sagt bloß, wir haben hier einen Aufzug, der funktioniert. Ich wette, der wird uns aber straight da hinbringen. Deswegen warte ich damit lieber mal. Ah, ich muss sagen, ich hatte beim letzten Mal ja so ein paar Gedankenspiele geäußert. Ich muss sagen, ich finde Cosmo Canyon schon sehr unübersichtlich. Und das bringt schon, das birgt schon ein gewisses Verlaufspotenzial. Allerdings nicht so schlimm wie in Kalm. Muss man auch ganz klar sagen. Aber trotzdem schöner Ort. Ich freue mich sehr auf die Szene mit Bogenhagen, die ja sehr ausschweifend war. Ich weiß gar nicht, ob das beim ersten Besuch im Cosmo Canyon. Meister Bogenhagen hat angeordnet, dass ich niemanden hier reinlassen darf. Was heißt denn rein? Also, wo rein ist denn rein? Was ist rein? Was ist hier? Was soll das? Was ist das hier für ein komischer Streifen? Das soll wahrscheinlich irgendeine Konstruktion auf einer anderen Ebene darstellen oder irgendeinen Durchgang. Also hier gibt es auf jeden Fall kein Weiterkommen. Zumindest noch nicht. Aber da wird der nächste Marker sicherlich gesetzt, den wir die nächsten Szenen jetzt hier getriggert haben. So, ich würde da mal Gebrauch von dem Aufzug machen, wenn er denn wirklich funktioniert. Das wäre auf jeden Fall der erste von den dreien, die wir bisher gesehen haben. Kann wegen Wartungsarbeit momentan nicht genutzt werden. Ah, leck mich doch, ey. Das ist ja immer muss man zu Fuß laufen, ey. Ich bin nicht nur im Real Life faul. Ich möchte auch keine Laufwege zurücklegen müssen im Videospiel. Soll ich auch mal einmal kurz da hoch, weil da sind wir eigentlich noch nicht gewesen. Auch wenn ich gerade so ein bisschen hoffe, dass er hier vielleicht einen Kreis schließt. Aber vielleicht ist das auch eine komplett neue Ecke. Ich bin auf alles vorbereitet. Oh, was ist das denn? Ich dachte gerade, das wäre eine Werkbank, aber das ist einfach nur ein Holztisch ohne irgendwas. So, und hier? Wie sehen die denn aus? Irgendwie sehr religiös. Aber deren Mützen haben irgendwie was Militärisches. Jetzt versperren die mir ja noch den Weg und lassen mich nicht weg, wenn ich will. Ist ja immer frecher hier. Hier ist ein interessanter Aussichtspunkt, der gerade mal für zwei Sekunden interessant war. Und hier? Müsste ich doch eigentlich schon mal lang gelaufen sein, oder? Ja, ich habe mich halt nur immer am linken Rand orientiert, aber... Hey, warte mal. Genau, die Treppe da oben am Ende der Treppe habe ich heute den Part begonnen. Und ansonsten sind wir eigentlich, glaube ich, jetzt jeden Weg abgelaufen. Also sollte ich hier irgendwas ausgelassen haben, dann bin ich da scheinbar blindlings dran vorbeigelaufen. Habe aber eigentlich ein gutes Gefühl, dass wir alles gesehen haben. So, dann steuere ich jetzt mal direkt auf Nanaki zu. Auch in der Hoffnung, dass wir bald unsere Schnellreise wieder haben, denn ich will Karten spielen. Also, ich freue mich aber natürlich auch auf die Cutscene, die jetzt höchstwahrscheinlich kommt. Wo bist du, my friend? Da. Ich bin in diesem wunderschönen Dorf geboren und aufgewachsen. Ich hätte ein Hüter dieses Tals werden sollen, aber stattdessen wurde ich von Shinra verschleppt. Meine Schuld ist beglichen. Nun will ich wieder meinem Dorf und seinen Leuten dienen. Ich danke euch für eure Hilfe. Von Herzen. Du wirst uns ganz schön fehlen. Ach, jetzt sag doch sowas nicht, sonst fange ich noch an zu heulen. Wisst ihr, dieses Dorf hier zu beschützen, das ist mein Schicksal. Du kleiner Schlingel, hast uns in das Licht geführt. Ich wollte einfach nur nicht, dass ihr mich wie einen Hund behandelt. Oh, Nanaki! Opa! Wie ist das? Lebewohl? Solange wir hier sind, treffen wir ihn bestimmt nochmal. Wichtiger ist jetzt, warum wir hergekommen sind. Um etwas über den Planeten zu lernen. Nicht? Und für ein paar Materia natürlich. Also ich werd... Ja, hier soll's gehen. Ich schalt ein wenig ab. Hoffe, das stört euch nicht. Und wir erkunden das Dorf! Kate Sith fühl ich gerade sehr. So sieht das auch immer aus, wenn ich abends nochmal eine Runde zocken will und auf der Couch wegpenne. Ich find's übrigens mega schön, wie sich Barret und Yuffie so aneinander gewöhnt haben und irgendwie so, weiß ich nicht, in so einem schönen Einklang inzwischen miteinander unterwegs sind. Das war ganz am Anfang eigentlich schwer vorstellbar. So, warte mal. Erstmal Wege ausloten. Da führte eine Rampe nach oben. Das wird wahrscheinlich der richtige Weg sein. Hey! Voll gut. Gönn dir das Päuschen. Scheinbar war es überfällig. Und ich muss sagen, die Synchronstimme von Nanaki, ne, die hat eine Wahnsinnsbandbreite. Ich hab immer das Gefühl, auch in der letzten Folge schon bei unserer Ankunft, dass da plötzlich eine gänzlich andere Stimme zugange war. So eine, weiß ich nicht, so eine fröhliche, helle Klangfarbe, die ich so aus den ersten Parts gar nicht rausgehört hatte, muss ich sagen. Und das irritiert mich ein bisschen. Weil ich finde, dass diese helle Stimme Nanaki irgendwie nicht so gut steht, wie dieses raue, kratzige, was man sonst immer bisher so von ihm gehört hat. Aber das soll vielleicht auch den Kontrast so ein bisschen aufzeigen zwischen dem Freudenthaumel, in dem er jetzt hier gerade unterwegs ist. Ich dachte gerade irgendwie, ich hätte noch einen weiteren, aber Konzentration und Fokus ist eh nicht so meine Stärke. Nicht, wenn hier so viel parallel passiert. Auch in meinem Kopf, nicht nur im Spiel. Okay. Hier haben wir auch nichts weiter. Boah, ich freue mich gleich richtig auf meine Kaffeepause, wenn wir einmal Bogenhagen kennenlernen. Hä? Ich kann mich nicht bewegen. Hier stehen wir als Seelen in der Mord. Gitter in Spee. Äh, was genau sollte diese Szene gerade zeigen? Dass der Aufzug da emporsteigt? Oder was war gerade der Hintergrund? Oh, da ist der nächste BDK-Spieler, beziehungsweise Spielerin. Und wir müssen einer Sache noch nachgehen. Wobei, das kann ich auch nach dem Gespräch machen. Ich muss nämlich mein Deck gegebenenfalls noch anpassen. Sieh an, ein Wanderer. Auch du scheinst dem Zauber von Blut der Königin verfallen zu sein. Aber nicht doch. Es gibt nichts, wovor du dich fürchten müsstest. Der Planet selbst war es, der Blut der Königin hervorgebracht hat. Es ist ein Teil von uns, da alle Dinge des Universums im Einklang miteinander stehen. Jede ausgespielte Karte schlägt große Wellen. Ein einziger Zug kann unser ganzes Schicksal verändern. Nun denn, bist du bereit für ein Duell? Ich kann spüren, dass es der Wille des Planeten ist. Ja, ja. Dann spür mal. Besiegte Gegner, besiegte Elite-Spieler. Wise. Ah, das ist sogar ein Elite-Spieler. Das heißt, wenn man mich irgendwann wieder den Undersourcer lässt und ich den geschlagen kriege, dann kriegen wir wieder eine neue Cutscene. Ich habe schon wieder vergessen, wie dieser Typ heißt, der sich dann immer zeigt. Aber egal. Wir wollen jetzt hier erstmal eine Runde spielen. Allerdings nicht, ohne vorher zumindest einen kurzen Blick auf die neuen Karten geworfen zu haben. Also, inkognito. Sieht auf den ersten Blick schon mal richtig schwach aus. Ich sehe zwei Einsen. Wenn diese Karte zerstört wird, wird die Karte wiederbelebter inkognito deiner Hand hinzugefügt. Will ich nicht. So, dann haben wir ein Punkuin. Auch wieder sehr schwache Bepunktung. Bei Zerstörung von verbündeten Karten erhöht sich die Stärke dieser Karte um eins. Brauchen wir nicht. Ich wundere mich, dass hier so schwache Karten jetzt plötzlich hinzukommen. Was ist da los? Wüsten Saha gehen. Wenn diese Karte geschwächt wird, erhöht sich die Stärke von verbündeten Karten auch von diesem Effekt betroffenen Feldern um vier. Ja, unwahrscheinlich, dass die Karte halt geschwächt wird, ne? Würde ich jetzt auch nichts anderes für rausschmeißen wollen. Stein Golem. Vier Punkte für eine Einser-Pöpel-Karte. Das ist schon nicht schlecht. Wenn diese Karte zum ersten Mal verstärkt wird, reduziert sich die Stärke von gegnerischen Karten auch von diesem Effekt betroffenen Feldern. Herber heißt das, dass du beim Stein Golem dich gar nicht ausbreitest und gar nicht ausweitest, weil da kein gelbes, angrenzendes oder abstehendes Feld zu sehen ist. Wisst ihr, was ich meine? Deswegen will ich die Karte auch erstmal nicht. Äh, aber wir hatten, glaube ich, noch mehr. So, hier. Stufe 2. Oha. Sechs Punkte. Der Jabberwock. Äh, wenn diese Karte ausgespielt wird, reduziert sich die Stärke von verbündeten und gegnerischen Karten auch von diesem Effekt betroffenen Feldern um eins. Tschüss, Stimme. Das ist aber auch wieder ausschließlich Effekt und keine Ausbreitung. Finde ich schwierig. Auch wenn die sechs Punkte durchaus ansprechend sind, aber die ist mir, glaube ich, zu exotisch. Ich will mich schon ein bisschen ausweiten, deswegen ist der Schleicher hier vielleicht ein bisschen interessanter für mich. Wenn diese Karte geschwächt wird, reduziert sich die Stärke von gegnerischen Karten auch von diesem Effekt betroffenen Feldern um zwei. Okay, aber die Ausbreitung habe ich jetzt nicht nach rechts raus, sondern nur nach oben und unten. Sehe ich das richtig? Hm. Weiß ich nicht mehr, aber ich glaube, das war so. Diese leuchtenden, ausgefüllten Vierecke, die haben, glaube ich, keine, keine Eroberungsfunktion, sage ich mal. Basilisk. Das ist interessant mit der Diagonalen. Hier aber drei Pöpel, das ist schon wieder, glaube ich, nicht zuträglich für meinen Spielstil. Wenn diese Karte ausgespielt wird, zerstört sie die gegnerischen Karten auch von diesem Effekt betroffenen Feldern. Dieses Zerstörungsfeld finde ich halt wiederum interessant. Das Problem ist nur, Zerstörungsfelder bei Dreierpöpeln sind halt super untauglich, finde ich. Weil du diese Dreierpöpel halt selten auf der rechten Seite hast, wo du eigentlich diese Zerstörungsfunktion bräuchtest. Aus dem Grund entscheide ich mich auch gegen diese Karte. Und dann haben wir noch hier Chimara-Wanze. Das ist wieder... Die fand ich ganz interessant. Die kann man nämlich auf einer Verbündetenkarte ablegen. Und ich glaube, die wird jetzt das Großhorn auch ersetzen. Ja, da haben wir zwar einen Punkt weniger, aber wir haben eine größere Range, wo die sich ausbreitet. Und dann gibt es hier noch Geist der Ghi. Was ist das denn? Er setzt eine verbündete Karte und reduziert die Stärke von verbündeten und gegnerischen Karten im Effektbereich um den Wert der zerstörten Karte. Das könnte natürlich auch ein Game Changer sein, ne? Ich bin echt am überlegen. Wobei eine Dreierpöpelkarte macht, glaube ich, schon Sinn in der Hinterhand zu behalten. Ich habe gerade überlegt, ob man die Dreier nicht gänzlich verbannen sollte. Und dafür zwei so eine Austauschkarten mit rein nimmt. Weil ich finde die beiden, muss ich sagen, sehr interessant. Okay, also diese beiden Austauschkarten. Also Fakt ist auf jeden Fall, ich werde ein Großhorn austauschen. Wie ging das nochmal? Einmal löschen. Ich hätte auch erst eine hinzufügen und dann löschen können, aber ist eigentlich auch egal. Hier finde ich auch immer noch interessant. Muss ich sagen, den Schokomoppel. Schwierig. Schade, dass unser Deck nur beschränkt ist auf 15. Aber damit kannst du natürlich auch am Ende besser planen. Ich finde den Geist... Ah, das ist schwer. Ich finde die Wanze und den Geist der Gie gleichermaßen interessant. Ich bin am überlegen, welchen von diesen oberen... Oh, jetzt verdeckt dieser Hinweistext. Kann ich den wegschalten? Ja, so. Das geht sehr gut. Ich überlege, ob ich ja auf irgendeine Karte verzichten kann. Gibt es ja eine, wo ich mir jedes Mal denke, boah, nee, hilft mir nicht, geh mal weg. Ich würde eigentlich am ehesten aus der Zweiersparte irgendwas rausnehmen. Die hier zum Beispiel. Ich glaube, die kicke ich jetzt raus. Die hauen wir jetzt raus. Warum halte ich am Chocobo-Jockey fest? Achso, weil das nochmal die 10 Punkte on top gibt. Die finde ich auch sehr exotisch, muss ich sagen. Aber wenn du die richtig platzierst, dann kann die was. Wir nehmen jetzt den raus und dann hole ich mir den hier noch mit rein. Weil, wenn das Spiel eigentlich schon vorbei ist, dann kannst du damit noch richtig gut anstinken gegen den Gegner. Wobei, eigentlich diese Chimara-Wanze mit ihren vielen Feldern gar nicht so hilfreich ist. Es sei denn, ich komme... Nee, nee, doch, doch, das ist schon... Ich kann das gerade nicht erklären. Ich habe in meinem Kopf, spiele ich gerade verschiedene Szenarien durch, wie sich so ein Spiel entwickelt. Und das wird schon noch seinen großen Moment haben. So, Doppelgesicht wäre die Belohnung von Cardina. Bei Stärkung erhöht sich die Stärke von Verbündeten und gegnerischen Karten. Auf betroffenen Feldern um vier, bei Schwächung reduziert. Also in letzter Zeit zielen die Karten aber oft darauf ab, dass man diese jeweilige Karte stärkt oder schwächt. Das ist mir zu experimentell und zu schwer plan- und kontrollierbar irgendwie. Ich glaube, so eine Karte werde ich niemals irgendwie nach vorne stellen hier. So, wir hauen die beiden erstmal raus und lassen die Spiele beginnen. So, Chocobo ist mal wieder ein guter Anfang. Hat sich beim letzten Mal auch bewährt. Go for it. Und dann schauen wir mal, ob in dieser Partie hier vielleicht die eine oder andere neue Karte auch schon zum Einsatz kommt. Oder ob das alles noch auf sich warten lässt. So mag ich die Anfangskonstellation aber sehr gerne. Sehr schön. Okay, das spielt mir gerade sehr in die Karten, denn im wahrsten Sinne in die Karten, denn das ermöglicht mir einige Optionen. Ich mach mal so weiter. Der wird mir jetzt safe auf der rechten Seite das Feld wegnehmen. Ja, denn der ist klug. Der hat mir das untere Feld weggenommen, weil er da gleich den Boost auch sich zunutze machen kann. Das ist natürlich nicht so schön, aber war vielleicht auch von mir nicht so klug gespielt. So. Jetzt ist die große Frage. Oh, hier könnte ich das untere Feld noch mehr verstärken. Eigentlich ist mein größter Bedarf gerade, mir das Feld zurückzuholen, was ich gerade verloren habe. Das kann ich aber mit den mir verfügbaren Karten jetzt nicht leisten. Das heißt, wir werden uns einmal oben ausbreiten. Shit, ich würde das am liebsten mit dem Kaktor machen, aber ich will den Gegner nicht verstärken. Achso, hiermit könnte ich jetzt auch mein Glück versuchen, aber da nehme ich mir wieder die Möglichkeit, reduziert sich die Stärke, den Gegner zu schwächen. Eieiei, aber selber mache ich mich damit nicht schwächer, oder? Nee, ich will den nicht. Ich gehe jetzt das Risiko ein und spiele jetzt hier die Kaktorkarte. Lassen wir jetzt durch. Mal gucken, ob der mir... Ja, der Lux mir direkt oben meine Karte ab. So, und jetzt wäre ich hier halt, obwohl die Karte ist eigentlich auch ganz nett. Wobei, der müsste rechts noch irgendwas platzieren, damit ich dem das zerstören kann. Hä? Nee, ich zerstöre was. Achso, nee, ich habe die falsch gelesen. Der geht auf die unteren Felder. Ey, das ist gerade die perfekte Karte für genau diese Situation. Genau das mache ich nämlich. Jetzt habe ich nämlich den Pölpel wieder auf meiner Seite. Sogar die beiden unteren. Wie geil ist das denn? Boah, Leute, ich glaube, das könnte voll was werden hier. Jetzt fehlt mir leider ein guter Einser, den ich hier einbringen kann. Wobei, ich könnte schon wieder was von dem zerstören damit. Oh, ich hätte mir aber gern das obere Feld jetzt gekrallt. Das kann ich aber mit den ganzen Zweiern hier, glaube ich, gerade nicht. Nee, also je länger ich BDK spiele, desto mehr und besser gefallen mir diese Ersatzkarten. Ich glaube, da ist das letzte Wort auch noch nicht gesprochen. Ich glaube, da werden noch ein paar mehr folgen, wenn man vom Teufel spricht. Guck mal, jetzt kann ich dem damit nämlich auch die letzte Karte wegnehmen. Ich glaube, damit habe ich das Spiel dann schon wieder für mich entschieden. Ja, wenn nicht wieder sowas kommt, das war klar, aber der hat sich jetzt das Feld von mir nicht gekrallt. Also keins meiner Felder, was für uns ja erstmal ganz gut ist. Guck mal, dann könnte ich jetzt hier auf zwei erhöhen, da an der Stelle oben. Hier könnte ich die hinter mich noch holen, aber das ist, glaube ich, ein bisschen zu riskant. Ich muss gucken, dass ich ein paar mehr Zweierfelder hier gewinne. Oh, bitte lass den keine Ersatzkarte mehr haben, bitte. Oh, der sucht, der hat noch eine. Nein! Du Ratte! Das gibt's doch nicht. Hat der sich die einfach gekrallt, ey? Wo sind wir hier? Ey, nicht, dass der jetzt das Feld da nochmal neu aufräumt. Jetzt habe ich ein bisschen Panik hier. Was soll das? Okay, warte, ich muss mich jetzt hier ein bisschen... Äh, ein bisschen neu aufstellen. Machen wir mal den hier. Aber ich glaube, das kriegt der nicht mehr eingeholt, oder? Es sei denn, der zerstört gleich irgendwas von mir. Wow, ein Pünktchen hat er sich damit noch gerettet. Aber die obere Reihe, die kriege ich, glaube ich, nicht mehr für mich entschieden. Aber das brauche ich auch nicht unbedingt. Ähm. So, warte mal, ich habe jetzt noch eine 1er-Karte hier. Oh, ich könnte da auf eine 3er-Dings erhöhen, aber... Hier würde ich leider die Verstärkung für mich nicht mitnehmen. Oh, es ist schade, dass ich hier diese Cockatrice-Karte nicht spielen kann, um eine angrenzende zu zerstören. Das wäre noch schön gewesen, aber man kann nicht alles haben. Dann ballern wir jetzt hier noch was raus. Die 1er-Karte... Oh, jetzt bekomme ich die 3er. Toll. Hier habe ich gar nicht mehr auf dem Schirm gehabt. Ich glaube, ich nehme jetzt die, um das obere Feld zu verstärken. Und wenn ich jetzt keine 1er bekomme, dann habe ich das Spiel, glaube ich, trotzdem gewonnen. Wenn da jetzt keine nachrückt... Ach, rückt keine mehr nach? Das war es jetzt. Na gut, dann kann ich auch gleich aussetzen. Denn da passiert nicht mehr viel. 1. Reihe Gleichstandard. Das ist ja mal ein mehr als deutlicher Sieg für uns, würde ich sagen. Ich habe jetzt Bock auf den Wise 2.0. Ich soll mal hier wieder Schnellreise freischalten. Vielleicht geht das ja schon. Ich gebe zu. So hatte ich unser Zusammentreffen nicht vorhergesehen. Alles deutet darauf hin, dass der Lebensstrom aus den Fugen geraten ist. Ich spüre eine düstere Macht. Sie wohnt diesem Spiel inne. Hüte dich, Reisender. Du magst dieses Spiel beherrschen. Doch in Wahrheit beherrscht es vielleicht bereits dich. So viele Spieler haben bereits unter mysteriösen Umständen ihr Leben lassen müssen. Also vergiss nie, den Karten den Respekt zu zollen, der ihnen zusteht. Sie sind unsere Verbindung zum allwissenden und allmächtigen Planeten. Ich bete dafür, dass der Planet diesen Reisenden auf all seinen Wegen begleiten möge. Viel zu viel religiöse Metaphysik hier. Aber ich vermisse trotzdem unsere Partie. Hier, es war schön. Ich würde gerne nochmal spielen, aber es bringt halt nichts. Man sollte stets auf sein Herz hören. Ja, finde ich, ist nicht immer das Richtige. Auf sein Herz zu hören, das empfehlen viele, aber es ist nicht immer zielführend. Wenn du einmal eine Herzensentscheidung getroffen hast und damit auf die Schnauze gefallen bist, dann wirst du das nicht immer so unterstreichen. Deswegen kann ich dem nur bedingt zustimmen. So, das war jetzt aber... Ich würde gucken, ob man sich jetzt hier wegporten kann. Geht das? Kann ich hier hin? Nee, leider nicht. Oh Mann! Ich will meine Weiß-Revanche. Auch wenn es gar keine Revanche ist, weil wir noch nie gegen ihn gespielt haben. Nicht gegen die neueste Version, sage ich mal. Okay. Ah, ich habe aber den Nächsten hier gesehen. Haha, der gute Karl. Karl, wir sind unterwegs zu deinem Erdbeerhof. Es dauert nicht mehr lang. So, erstmal gucken, was wir hier in den hinterletzten Ecken eventuell noch mitnehmen können. Also, hier sehe ich schon wieder potenzielle Gefahr, lokal zum Planetenquellstand da gerade. Hier sehe ich schon wieder die Gefahr, irgendwas zu übersehen. Hey, Barrett! Ich bin ready, wieder falsche Antworten zu geben, damit wir uns entzweien. Viele spielen die Gefahr für den Planeten runter. Aber wenn sie die Arma in Korra oder Gongaga gesehen hätten, so wie wir, hätten sie bestimmt keine Zweifel mehr. Die Leute hier hingegen, die haben es gerafft. Die wollen den Planeten alle retten, das sieht man ihnen an. Ob wir sie für Avalanche rekrutieren können? Einige bestimmt. Ich hatte ja also keine Auswahloption, okay. Naja, besser später als nie. Bist ja noch jung, hast ja noch ein paar Lenze vor dir und gönn dir auf jeden Fall ein gutes Stückchen. Und vielleicht gute Gespräche, die uns neue Avalanche-Leute ranholen. Das traue ich ihm durchaus zu. Ich finde nämlich, dass der Barrett'sche Enthusiasmus durchaus ansteckend ist. Wo zur Hölle laufe ich denn jetzt hier lang? Oh, ich hatte auf eine Sackgasse gehofft, aber man hat auf der Karte schon gesehen, dass wir jetzt hier über eine Brücke latschen. Wo die allerdings hinführt, keine Ahnung. Seminar der Planetenkunde. Was ist das denn hier? Kann man hier Bücher kaufen? Möge der Planet uns alle Zeit schützen. An diesem Ort sind Interessierte eingeladen, sich über die Planetenkunde auszutauschen. Jeder Erfahrungsbericht zeigt uns erneut, was für ein Segen es ist, auf diesem Planeten leben zu dürfen. Um am Seminar teilzunehmen, ist allerdings die Empfehlung eines Kundigen vonnöten. Deswegen kann ich leider keinen Einlass gewähren. Doch heute findet das Seelengeleit statt. Ich bin mir sicher, dass diese Zeremonie ebenfalls ein ganz besonderes Erlebnis ist. Was ist denn ein Kundiger? Ich wette, Bugenhagen ist der Einzige, der uns hier das Geleit geben kann. Möge der Planet uns alle Zeit schützen. Die Teilnahme am Seminar erfordert die Empfehlung eines Kundigen. Wie wäre es stattdessen mit der Zeremonie des Seelengeleits? Zufällig wird sie genau heute abgehalten. Möge der Planet uns alle Zeit schützen. Ich bin mir nicht sicher, was hier mit euren Geleits und Zeremonien gemeint ist, aber ich werde einfach jede Person ansprechen und hoffe, dass auch die dabei ist, die uns hier für eine Empfehlung ausspricht. Kein Geleit, ich habe da vorhin die falsche Begrifflichkeit genutzt, beziehungsweise gerade eben. So, dann können wir jetzt, glaube ich, hier dem Karl ein bisschen entgegenkommen. Hier oben war die Bar. Ist das ein Kuddelmuddel? Also wenn du nicht alles zum ersten Mal absuchst, ist das, glaube ich, gar nicht so unübersichtlich. Aber es ist schon sehr überdimensioniert. Aber auch wieder mit einem Detailgrad versehen, der echt schön anzuschauen ist. Ach, da ist schon mein BDK-Spieler der Nächste, gerade gar nicht realisiert. Hallo, Karl. Und da haben wir unseren Herausforderer. Dann wird es Zeit für ein kleines Interview. Dürfte ich Ihnen wohl ein paar Fragen stellen? Ja, als erstes natürlich das Allerwichtigste. Wie heißen Sie denn? Da ist wohl jemand so richtig aufgeregt. Was? Brauchen Sie aber nicht. Ich habe schon eine Menge Leute hier vor der Kamera gehabt und eines kann ich mit Sicherheit sagen. Sie, mein Lieber, sind definitiv ein sensationeller Kartenspieler. Deswegen freue ich mich ganz besonders auf diese Partie. Nein, sagen Sie nichts. Es bedarf keiner Worte. Wir lassen die Karten sprechen. Wir? Ja, denn Ihr Gegner ist niemand Geringeres als ich. Karl, die quirlige Quasselstrippe. Sind wir jetzt im Fernsehen? Darf der mich überhaupt filmen? Was soll das? Habe ich das irgendwie erlaubt? Gibt es da keine Regeln? Was soll das? Du darfst mich gerne Peter Penner nennen. Bitte genau so in die Bauchbinde reinschreiben. So, dann gucken wir mal, was der Jute Karl, was der so alles drauf hat. Oh, Allerkran gibt es als Belohnung. Einpöpel nur. Wenn diese Karte geschwächt wird, reduziert sich die Stärke von gegnerischen Karten auf von diesem Effekt betroffenen Feldern um zwei. Damit ist die schon wieder raus. Auch wenn ich bei der sogar ein bisschen überlegen würde, weil sie halt drei Punkte noch abliefert. Und manchmal kommen ja dann solche Effekte, ohne dass du sie explizit eingeplant hast und bringen dich eventuell weiter. Aber erst mal müssen wir die Karte gewinnen. Bevor wir über die Sinnhaftigkeit derselbigen uns Gedanken machen sollten. Oh, hier sind aber gerade viele Karten dabei, die ich für den Anfang nicht haben will. Und Chocobo ist wieder da. Und vier von fünf Karten sind direkt Einser. Das ist schon mal gut. Das erleichtert den Start auf jeden Fall ein bisschen. Okay, der hat einen ähnlichen Start wie wir hingelegt. Aber wir lassen uns davon nicht beunruhigen. Boah, hier einfach so aus dem Nichts-Zwei-Dreier-Felder. Aber es ist trotzdem noch ein bisschen zu früh. Deine Zeit wird kommen, Archendrache, in diesem Kampf. Davon bin ich überzeugt. So. Äh, ich bräuchte, ich bräuchte. Jetzt könnte ich natürlich die Wanze schon sinnvoll einsetzen, ne? Indem wir einfach mal das hier machen. Ey, das ist so gut. Ich bin einfach voll begeistert. Das wird nicht aufhören. Es tut mir leid. Falls ich euch damit nerve. Aber ich liebe diese Karten. Voll der Gamechanger. Also diese Wanze, die kommt auf jeden Fall niemals raus aus meinem Kartenpool. So, jetzt fehlt mir leider eine Einser-Karte, die sich nach oben und unten ausbreitet. Das wäre... Das wäre jetzt geil gewesen. Oh, das Problem ist, die hier ist natürlich sehr verlockend. Aber... Dann wird er sich da unten mein Dreierfeld schnappen. Wobei, das könnte ich mir mit einer guten Zweierkarte dann auch wieder zurückholen. Äh, schwierig. Ich glaube, ich gehe das Risiko jetzt mal ein. Dann habe ich nämlich auf der rechten Seite meinen Pöpel auch wieder. Ja, das war klar. Das hätte ich an seiner Stelle jetzt auch gemacht. Aber freu dich mal nicht so früh, Freundchen. Denn hier ist das letzte Wort noch nicht gesprochen. Diese Karte gehört zu uns. Und die hole ich mir zurück. Die Frage ist nur... Mit welcher Karte? Packe ich jetzt hier eine Zweier rein? Oder nehme ich den... Eigentlich sind die Einser zu wichtig. Ähm, wenn ich die hier reinpacke, dann... Ne, wir machen einmal hier den. Und jetzt Finger weg von meinem Dreierfeld. Tob dich auf deiner Seite bitte aus. Genau. Hat er seine eigene Karte gerade verstärkt? Das sah so ein bisschen danach aus. So, die kann ich hier nicht hinpacken, ne? Wollten wir mal gucken. Ähm... Ja, jetzt ist die große Frage. Nehme ich die Kastagnette oder nehme ich den Kalmwolf? Nach oben soll es auf jeden Fall weitergehen. Ich hätte hier natürlich eine Verstärkungsmöglichkeit. Aber ich sehe schon wieder den Gegner. Dem bleibt ja kaum was anderes übrig. Der wird sich das Feld halt direkt holen. Und ich weiß nicht, ob ich das zurückgeholt kriege. Deswegen muss der Wolf jetzt hier einmal aushelfen. Oh, ich habe richtig Angst davor, dass der Gegner wieder irgendwie aus dem Nichts so eine Karte auspackt, die, ähm, meine Felder so außerplanmäßig mir aus den Händen reißt. Oh, jetzt die hier. Oh, die ist perfekt. Ne, die ist doch nicht perfekt. Ich dachte, ich würde mir damit die obere auch krallen. Ach ne, das sind wieder die... Ne, das sind wieder die unteren Felder, auf die das hier abzielt. Und die Karte unten rechts ersetzt eine verbündete Karte und reduziert die Stärke von verbündeten und gegnerischen Karten im Effektbereich um den Wert der zerstörten Karte. Aber ich zerstöre jetzt hier keine Karte des Gegners, ne? Ich reduziere nur Effekte damit. Hm. Okay, also ich hole mir damit... Ne, ich hole mir damit gar nichts. Ich darf das nicht verwechseln, dieses, äh, Mal hast du halt einen Zerstörungseffekt mit drin und mal hast du keinen mit drin. So, okay, nee, dann verabschieden wir uns von der Idee. Ich will jetzt das Feld hier oben einmal an mich reißen. Ich mach das jetzt hier mit der Kastanette. Auch wenn der sich jetzt wahrscheinlich den 1er Pöpel noch abholen wird. Ne. Oh, du Pissnelke! Das war nicht okay. Oh, jetzt krieg ich mein Feld nicht mehr zurück. Ist das eine Scheiße? Boah, okay, das ist richtig bitter. Das ist richtig bitter. Aber ich hab die hier noch. Aber damit würde ich mein eigenes Feld schwächen. Aber damit hätte ich mein Dreierfeld wenigstens wieder zurück. Oh, ist das schwer. Aber ich glaub, ich mach das. Ich will nicht, dass der da mir jetzt hier rumfuscht in meiner Ecke. Ey, wer, der holt sich das jetzt nochmal. Ey, der holt sich einfach nochmal dieses Dreierfeld. Ist das zu fassen? Okay, das hab ich jetzt dann wohl verkackt. Ich glaube, den krieg ich nämlich jetzt nicht mehr zurück. Boah, ist das bitter, ey. Ist das bitter. Und jetzt stärk ich den hier auch noch. Ey, guck mal, der hat in der unteren Reihe, hat der jetzt schon 20. Ich glaub, das Ding hier werde ich in der letzten Sekunde komplett verlieren. Regt mich das gerade auf. Ich spiel jetzt einfach mal diese Karte hier. Ich glaub, das krieg ich nicht mehr gedreht. Aber ich fing das so gut an. Aber den schaff ich, Alter. Der Eivar 26 zu 6 in der unteren Reihe führt. Aber nur, weil der mir den Dreier weggenommen hat. Ich hätte den schon viel früher einmal blockieren müssen. Dann wäre das ja alles total entspannt ausgegangen. Vielleicht krieg ich ja noch irgendeine schöne Zerstörungskarte. Aber jetzt kann ich hier eh nichts mehr machen. Meine Ersatzkarten sind auch schon ausgespielt. Ich glaub, das war's. Es sei denn, am Ende fällt der Unterschied da in der unteren Reihe nicht allzu gravierend aus. Aber freu ich mir, glaub ich, keine Illusionswache. Oh, du Drecksack, ey. Jetzt hab ich vor laufender Kamera verloren. Es tut mir leid, Mama, dass du nicht stolz auf mich bist. Jetzt bin ich einmal live im Fernsehen zu sehen und verkackst direkt. Aber ich glaube an mein Set und ich glaube daran, dass ich durch Fehlentscheidungen hier verloren habe, das hätte auch anders ausgehen können. So, genau. Die beiden bitte einmal raus. Oh, jetzt hab ich den Dreier direkt am Anfang, ey. Ist das bitter. Leider nicht so, wie ich es mir vorgestellt habe. Aber vielleicht hat er diesmal ja auch ein bisschen Pech. Wir werden sehen. So, das hier bringt mich, glaube ich, noch nicht weiter. Diese Geschichte hier schon eher. Einfach erstmal wieder so viele Felder wie möglich klar machen. Aber ich hatte so ein gutes Gefühl, weil ich am Anfang diese Ersatzkarten ausgespielt habe. Aber vielleicht war auch genau das der Fehler. Vielleicht hätte ich genau das nicht tun sollen. Das sind hier gerade alles gar keine guten Karten. Ich spiel mal die hier aus. Dann haben wir nämlich eine Zweier auf der unteren Linie. Eine Zweier-Option. Und das könnte... Jawohl! Das könnte helfen. Äh, darauf wird es dann wohl auch hinauslaufen. Yeses. Oben nochmal einen neuen Zweier freigemacht. Das mittlere Feld an uns gerissen. Aber der hat halt auch gute Karten, ne? Also lieber nicht zu früh freuen. So, hier habe ich jetzt meinen großen Joker. Und diese Wanze, die werde ich mir jetzt aufheben. Habe ich die Möglichkeit, die mittlere Karte wieder an mich zu reißen? Das sieht schon wieder schlecht aus. Wieder keine Option da diagonal. Ja, es sei denn, ich würde das machen. Dann habe ich die wieder direkt zu Beginn verpulvert. Und der wird mir die auch direkt wieder wegklauen. Ey, ich sehe das schon kommen. Aber ich mache das mal trotzdem. Weil dann kann ich oben den Mithril-Golem ausspielen. Äh, es sei denn, es offenbart sich eine Möglichkeit, dem andere Felder noch wegzunehmen. Das hier wäre halt auch irgendwie sexy. Das Problem ist, ich breite mich halt nicht aus, wenn ich die jetzt hier spiele, ne? Ah, ich upgrade auch keine anderen Felder. Das ist... Oh! Die hier ist perfekt. Das hier machen wir jetzt einmal. Mal gucken, was wir für eine Reaktion kriegen. Weil guck mal, oben links, wenn der die mir nicht schon wieder klaut, kann ich dann immer noch die Mithril-Golem reinsetzen. So. Überlegen, überlegen. So viele Möglichkeiten habe ich nicht. Ich kann mich mit den Einzahlen leider nicht nach oben hin ausweiten. Ich habe wieder Angst, dass der mir in der letzten Sekunde wieder mein Dings hier wegnimmt. Und mein, ähm, mein Dreierfeld da in der oberen linken Ecke. Mach dich vom Acker. Okay, Gott sei Dank. Der kommt an das Dreierfeld nicht ran. Das ist perfekt. Das ist perfekt. Das ist perfekt. Vor allen Dingen, weil ich den jetzt hier auf der rechten Seite noch zerstören kann. Geilo. Jetzt kommt er mit seinen ekligen Ersatzkarten um die Ecke. Wir wissen ja inzwischen, dass er die hat. Okay, der geht nicht auf mein Dreierfeld. Das ist schön. Ich glaube, jetzt könnte nämlich der Zeitpunkt gekommen sein. Ja, ich habe auch gar nicht so viel mehr Optionen. Jetzt werde ich dem hier einfach mal voll die Acht vor den Latz knallen. Ey, der hat ja einen heftigen Vorsprung da oben in der ersten Reihe. Wie hat er das denn geschafft? Der hat voll die, der hat da voll die guten Karten alle hingedingst. Hier oben hätte ich eine Plus 10, wenn ich den Sieg an mich reißen würde. Aber diesen Chocobo-Jockey, der, da lasse ich auch ein bisschen Potenzial liegen, ne? Wenn ich den, dadurch, dass ich den nie ausspiele, also nie so ausspiele, dass der mir irgendwie hilft. Ich packe den Mitregolem jetzt trotzdem hier einmal rein. So eine Ersatzkarte wäre halt nochmal gut, vielleicht... Oh nee, jetzt hat er mir mein letztes Feld weggenommen. Das habe ich schon wieder verloren. Ich kann jetzt nichts mehr machen. Hä, das ist ja blöd. Ich will das aber noch nicht aufgeben. Ich überlege gerade, ob ich da jetzt noch eine dritte Runde dranhängen oder ob ich das offscreen einfach mache. Ich würde das, glaube ich, nochmal probieren, aber ein bisschen abkürzen. Ich hoffe, auf den Kompromiss können wir uns einigen. Einen Versuch mache ich jetzt ohne euch und wenn sich ein Sieg abzeichnet, seid ihr gleich wieder dabei. Obwohl bei der Niederlage auch. Mal gucken. Okay, Leute, ich habe mir eine gute Ausgangssituation erspielt, würde ich sagen, weil er war gerade am Zug und hat nichts gemacht. Und ich glaube, das sollte dann im Umkehrschluss heißen, dass er mit seinen Optionen am Ende ist. Ich fange jetzt mal an, hier ein bisschen zu zerstören. Ich hoffe... Oh mein Gott, ich glaube, das kriegen wir dann hin. Ich glaube, das ist dann offiziell unser Sieg. Vor allen Dingen, weil ich jetzt hier noch ein bisschen rumdoktern kann. Ich habe gerade voll die Panik, hier irgendwas falsch zu machen. Also jetzt bloß kein Fehler. Wo habe ich die meisten Punkte? Hier bei den 8. Aber die kriege ich gerade nicht ausgespielt. Hier habe ich 5 Punkte. So, damit könnte ich ihn in einer unteren Reihe einholen. Ich glaube, das Ding kann ich gar nicht mehr versemmeln. Sucht er gerade eine Karte? Warum spielt er denn jetzt auf einmal... Warum hat er die Karte jetzt gespielt und vorher nicht? Hä? Okay, dann hat sich das vielleicht doch erübrigt. Keine Ahnung, ey. Ich verstehe schon wieder nur Bahnhof. Gut, jetzt habe ich leider keine 1er-Karte mehr. Kein Plan. Ich könnte den hier noch schwächen. Dann würde ich mit allen hier wenigstens einen Vorsprung haben. Boah, aber ey. Das wird jetzt hier eine ganz knappe Kiste. Weil man weiß ja, was für gute Sachen der auch auf der Hand noch hat. Wenn ich jetzt hier keine 1er nachgeschoben bekomme, ja, ist doch klar. Guck mal, jetzt wird der nämlich wahrscheinlich wieder... Jetzt bekomme ich keine Karten mehr. Ja, das war's. Geil. Jetzt brauche ich ein kleines Wunder. Vielleicht hat der auch keine 1er mehr, aber ich habe das Gefühl, dass der immer genau das gerade parat hat, was dem irgendwie weiterhilft. Jetzt hat er mich in der mittleren Reihe überholt. Achso, das Spiel ist erst zu Ende. Ja, gut. Wenn bei mir keine Karten mehr nachgerückt kommen, dann kann ich da jetzt auch nicht mehr großartig was ändern. Hier hat er mich wenigstens nicht eingeholt. Das ist schön. Ich meine, es könnte trotzdem noch klappen, aber... Achso, ne, der hat jetzt auch keine Karten mehr. Lass es das bitte gewesen sein. Bitte, sei gnädig, jawohl. Aber das war echt nicht einfach. Drei Versuche habe ich dafür gebraucht. Das liegt schon weichend zurück, seit ich das letzte Mal so zu knabbern hatte an einem Kontrahenten. Aber Ende gut, alles gut. Haben Sie das gesehen? Einfach sensationell! Diese Technik war nicht zu toppen. Keine Chance. Wir haben endlich den stärksten Spieler weit und breit gefunden. Wie ein Komet fiel er vom Himmel. Ohne Vorwarnung. Strahlend hell und unglaublich heiß. Das haut einen doch völlig aus den Socken. Nichts ist wie es war. Dieser Mann wird die Welt von Blut der Königin völlig auf den Kopf stellen. Da bin ich mir sicher. Ich bin immer noch ganz überwältigt. Danke für dieses grandiose Duell. Ein stärkerer Spieler wird schwer zu finden sein, aber unsere Sendung geht natürlich noch weiter. Also bleiben Sie dran. Es gibt noch jede Menge zu entdecken. Auf jeden Fall ein sehr, sehr guter Verlierer, der Karl. Also Hut ab. Kann man nicht von jedem behaupten. Ich würde mal sagen, dass selbst ich auch ein schlechterer Verlierer bin. Ich bin nicht sonderlich gut im Verlieren. Es kommt auf den Kontext an. Wenn ich das Gefühl habe, dass es mit fairen und rechten Dingen zuging, dann kann ich damit in der Regel besser leben, als wenn ich mich ohnmächtig und äußeren Umständen zum Opfer fallen sehe. Aber hier, eigentlich bei Blut der Königin war das bisher selten bis gar nicht der Fall. Also wobei er hier gegen Ende teilweise schon ganz schön fiese Karten so in letzter Sekunde noch ausgepackt hat. Okay, unser Zielort. Hä, nee. Warum ist Zielbereich hier und da ist der Marker? Es gibt wahrscheinlich zwei Ziele oder so. Die Frage habe ich mir schon mal gestellt. Ich weiß aber nicht mehr, wie das erklärbar war. Hey Rico! So trifft man sich wieder. Wie wäre es mit einem Foto, wie du zum Planeten betest? Cosmo Canyon ist berühmt für die klare Sicht auf den weiten Sternenhimmel. Ich bin natürlich bestens ausgerüstet für die Nachtfotografie. Heute bleibe ich so lange wach, bis ich das perfekte Bild habe. Sag Bescheid, falls du einen schönen Ort für Fotos kennst. Das Cloud da einfach so mitgemacht hat. Ich finde, das passt gar nicht zu dem, so auf Knopfdruck rumzuposen. Ich hätte eher erwartet, dass er sagt, nee, das ist mir zu blöd, such dir jemand anderen oder so. Aber er ist dem Ruf einfach mal gefolgt. Kann man mal machen. Möchtest du Rico Bericht erstatten? Noch haben wir nichts gefunden. Aber bald, mein Guter. Bald. Andere Gute. Wir haben doch pro Region immer nur eins. Warte mal, ich will einmal kurz rauszoomen, um nochmal zu gucken. Ach, der Zielbereich, das ist wieder so ein überdimensionierter Riesenradius. Was ist das denn hier für eine Ecke? Waren wir da schon mal? Über den Parkour kommst du da wahrscheinlich hin, weil hier noch alles so vernebelt ist. Das sieht aus, als wäre das ein komplett neues Areal. Aber solange die Schnellreise deaktiviert ist, brauche ich damit, glaube ich, gar nicht erst anzufangen. Aber, wer weiß, vielleicht in der nächsten Folge. Hi. Ach so, dieser Aufzug bringt uns nur zum richtigen Zielort. Warum gibt es da keinen Aufzugwärter? In allen anderen Aufzügen gab es das. Oder die Leute stehen immer nur da, wenn die kaputt sind, die Dinger. Das kann natürlich auch sein. So, einmal halten und gucken, was passiert. Das geht nach oben. Ja, klar, sonst wäre der Marker auch nicht da. Also, eigentlich dauert der Part hier heute nicht mehr lange. Das sind nicht die besten Rahmenbedingungen, um jetzt Bogenhagen zu treffen. Wenn wir heute massive Überlänge haben, ihr werdet ja gut Bescheid wissen, dann wisst ihr auch, woran das liegt. Ich gucke mal eben kurz, ob jetzt nicht vielleicht doch die Schnellreise wieder aktiv ist. Äh, nee, ist nicht verfügbar. Alles klar. Dann gucken wir mal, was hier heute noch passiert. Und, äh, wenn Überlänge kommt, dann ist das völlig in Ordnung. Denke ich. Besser als Bogenhagen irgendwie auseinander zu reißen. Wer bist du? Hier ist der Zutritt verboten. Wir dürfen niemanden reinlassen. Hier werden viele Wertsachen aufbewahrt. Hier ist der Zutritt verboten. Ja, ja, Bogenhagens Schlüppis verbergen sich hier hinter der Tür. Aber die Tür ist schön designt, finde ich. Hier ist der Zutritt verboten. Wir dürfen niemanden reinlassen. Ich mag so schnörkelgedingungen. Ja, ich hab's verstanden. Ich wollte nur mal die hoffentlich antibakterielle Klinge, Klinge, Klinke anfassen. Türklinke. Den Türknauf. Oh mein Gott, Leute, es ist so weit. Und wir begeben uns in die Höhle des zahmen Löwen. Ich bin gespannt, wie der auch aussieht, der Jute Bogenhagen. Können wir hier nochmal durchgucken? Nö. Überall bleibt uns der Blick durchs Teleskop verwehrt. Also Höhenangst darfst du hier auch nicht haben, ne? Für mich ist das ein Traum. Guck mal, wie schön der das hier hat. Oh mein Gott. Hier darf man nur mit der Erlaubnis von Meister Bogenhagen rein. Er besitzt den Schlüssel. Hier darf man nur mit der Erlaubnis von Meister Bogenhagen rein. Hier betont Bogenhagen. Also irgendwie betone ich hier gefühlt alles. Egal ob Namen oder Orte, immer falsch. Für mich ist es halt Bogenhagen. Mit Betonung auf dem A. Und die machen hier halt Bogenhagen draus. Was für mich voll falsch klingt. So in meinem Kopf aus dem Original habe ich das irgendwie anders abgespeichert. Ich kann das nicht akzeptieren. Oder ich muss es einfach ein paar Male öfter hören oder so. Um mich dran zu gewöhnen. Vielleicht klappt das. Na? Da sind sie ja schon, Opa. Ho, ho, ho. Nanaki hat mir alles über euch erzählt. Ich bin Bogenhagen. Ich unterrichte hier im Tal Planetenkunde. Man könnte sagen, ich weiß ein bisschen was von der Welt. Was heißt ein bisschen? Richtig gut kennst du dich damit aus, Opa. Ho, 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 ho. Naja, besser vielleicht als ein Jungspurt wie du. Ich bin schon 48, falls du's vergessen hast. 48? Ja, ho, 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 Nanak ist Spezies. Wird sehr alt. In Menschenjahren gerechnet ist er 15 oder 16 Jahre alt. Ich bin erwachsen. Alt genug, um dich und das Tal zu beschützen. Anders als mein feiger Vater. Ho, 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 lanaki. Sag, hast du eigentlich allen im Tal schon von deiner Rückkehr berichtet? Noch nicht. Mach ich gleich. Hm. Ho, ha. Entschuldigt das. Wollt ihr euch drinnen mal umsehen? Sieht der cool aus. Ich bin mega begeistert, was die aus dem gemacht haben. Ich finde auch seine Stimme sehr, sehr passend. Genauso hat Bugenhagen für mich auch immer geklungen. So, wenn man sich mal Stimmen dazu ausmalt. Es ist halt manchmal, als würdest du Bücher lesen, wenn du alte Spiele spielst, ne? Irgendwie hat man doch immer so seine Bilder und Tonspuren vorm geistigen Auge oder halt im Ohr. Oh, was für eine schöne Location hier. Ich liebe das. Weil ich mochte das auch im Original schon sehr gerne. So. Du hast eigentlich unsere Aufmerksamkeit. Mich wundert, dass man vorhin nur mit Barrett sprechen konnte. Tifa wollte gerade nicht mit uns reden. Ihmchen hier. Hä? Aber ich glaube, das Gespräch mit Barrett hat auch nichts an der Verbindung geändert, oder? Oder gilt das auch für Sachen, die... Für Gespräche, wo du keine Auswahloptionen hast? Ist da oben jetzt der richtige Weg? Bestimmt. Oder müssen wir unten mit ihm sprechen? Ich weiß nicht. Das ist ein Modell unseres und der umliegenden Planeten. Und der ganze Staub... repräsentiert wohl die Menschen. Ja, man könnte jetzt auch ein bisschen zynisch sagen, es repräsentiert die faulen Menschen. Weil es ist ja nicht so, dass man gegen Staub nichts unternehmen kann, ne? Um mal so ein bisschen den mahnenden Zeigenfinger zu heben. Ich meine, das ist ja hier alles sein Baby. Dem ist das doch bestimmt wichtig, dass ja alles gut läuft. Wobei... Und gut aussieht. Wobei, wenn ich schon höre Staubschichten und so, vielleicht auch nicht. Die Hälfte der Dokumente... Dieses Gerät zeichnet die Aktivitäten des Planeten auf. Sehr empfindliche Technologie. Bitte ganz vorsichtig damit umgehen, ja? Heutzutage würde man da überhaupt gar nicht Einlass gewähren und irgendwie mit Absperrband oder so und Warnhinweisen, do not touch und sowas alles. Die Leute versuchen davon fernzuhalten, aber wir können uns benehmen. Wir wissen das zu schätzen. Wir respektieren dein Hab und Gut. Eine falsche Berührung und alles bricht zusammen. Soviel zum Thema. Wir respektieren dein Hab und Gut, ey. Sprach sie und schmeißt erst mal alle Bücher durch die Gegend. Ey, Glückwunsch, Nikoja. Nanaki hat sich ganz schön gemacht. Die Welt da draußen kennenzulernen, hat ihm sehr gut getan, denke ich. Ho, ho, ho. Hier gibt es einiges an interessanten Geräten, was? Sie dienen alle meinen Studien der Planetenkunde. Nanaki hat sich ganz schön gemacht. Kann man so sagen. Also ich erkenne Nanaki, wie gesagt, schon alleine aufgrund seiner veränderten Stimme, zumindest in meiner Wahrnehmung, kaum noch wieder. Okay, aber dann habe ich jetzt hier unten, glaube ich, alles einmal ausgelöst, inklusive den Bücherrandalen. Dann gucken wir mal, was oben auf uns wartet. Mir fehlt so ein bisschen. Ach, da ist der Zielmarker. Aber wir haben ja auch nur diesen großen Zielbereich. Boah, ich will jetzt eigentlich nicht mehr die Büchse der Pandora öffnen, so story-wise, wenn ihr versteht, was ich meine. Deswegen werde ich jetzt hier, glaube ich, den Part gleich irgendwo beenden. Geht es noch weiter nach oben? Oh, da haben wir... Warte mal, das wird der aber wahrscheinlich auch nur kommentieren, oder? Ich glaube, so richtig, richtig weitergehen wird es dann erst oben. Oder habe ich mir das eingebildet, dass es dann noch weiter nach oben geht? Ah, nee, der kommt uns hier ein bisschen hinterher. Warte mal, ich gucke mal kurz, ob der auch so einen Marker über dem Kopf hat. Nee, zumindest noch nicht. Ja doch, hier geht es noch weiter nach oben. Ich glaube, hier bin ich noch safe. Das hier kennen wir schon, das hat er gerade eben schon mal gesagt. Okay, dann erzähl uns mal was hierzu. Was ist das überhaupt? Was gucke ich mir da gerade an? Was war denn das gerade für eine lange Kunstpause? Mein erster Gedanke war, da liegt ein Taschenrechner. Mein zweiter Gedanke war, da liegt ein Flaschenöffner. Mit beidem hätte ich voll ins Klo gegriffen, aber okay. Naja, so ist das halt in jungen Jahren. Das gilt für Menschen und Tiere gleichermaßen, würde ich mal ganz kühn behaupten. Komisch, dass er diese Konstruktion hier nicht kommentiert. Das sieht aus wie so ein Vorreiter einer fetten Dolby Surround Anlage. Und wo führt uns das hier hin? Ist jetzt der obere Weg der richtige oder hier? Boah, Leute, das ist mir jetzt zu heikel. Diese Frage werden wir beim nächsten Mal uns selber beantworten. Ich weiß zwar nicht, welchen Weg ich da präferiere, aber da ich sowieso abspeichern werde, sind wir auf der sicheren Seite, um das jeweils andere notfalls nochmal durch Neuladen in Augenschein zu nehmen. Sehr ereignisreiche Folge. Ich bin jetzt ein bisschen traurig, dass meine Session hier heute auch vorbei ist, aber umso mehr freue ich mich aufs nächste Mal. Kleiner Reminder nochmal an mich, sobald die Schnellreise wieder möglich ist. Auf jeden Fall nochmal zum Undersourcer, um Wise herauszufordern. Und ich weiß leider nicht mehr, wo der andere BDK-Herausforderer war, der ebenfalls eine Levelanforderung noch hatte. Also auf Wise-Niveau, sage ich mal. Und den hier müssen wir noch machen. Und wir müssen noch den Kampfsimulator in Angriff nehmen und das Foto hier schießen. Also ja, ich glaube aber, damit habe ich die wichtigsten Sachen auf jeden Fall zusammengefasst. Ich bedanke mich auf jeden Fall fürs Einschalten heute, ihr Lieben. und würde mich sehr freuen, wenn ihr auch beim nächsten Mal wieder mit dabei seid. Macht's gut und bis dahin, wenn ihr mögt. Ciao!